Wir spielen heute das legendäre Spiel Hill Klimp Racing. Eigentlich jeder von euch sollte das kennen. Und hier kann man sich verschiedene Autos freischalten, wie unter anderem ein Monster Truck. Diese Fahrzeuge kann man auftunen und dann muss man so weit wie möglich kommen. Und wenn man über 1000 Meter schafft, passiert was richtig krasses. Also solltet ihr dieses Video nicht verpassen und solltet ein Like und ein Abo dalassen. Let's go! Leute, was geht ab und zwar? Heute zocken wir in ein ganz geiles Game. Das habe ich nämlich früher, ich weiß nicht Leute, vor 10 Jahren oder so oder vor 15 Jahren als Kind gezockt. Das war mit eins meiner ersten Handy Games überhaupt. Und zwar hier ist es, Freunde. Hill Klimp Racing heißt das Game. Und ich sage euch, es macht unnormal Bock. Also unsere Aufgabe ist eigentlich relativ easy. Ihr seht, wir haben hier so ein kleines Auto und damit müssen wir so weit kommen wie möglich. Oben seht ihr zum Beispiel auch eine Benzinanzeige. Also wir müssen hier halt quasi immer Benzintanks einsammeln und wir müssen das Auto so richtig balancieren. Also wenn ich Gas gebe, kommt das Auto vorne so ein bisschen hoch. Und wenn ich bremse, macht das quasi ein bisschen Backflip. Oh, hier haben wir nochmal den Tank bekommen. Sehr gut. Und unsere Aufgabe ist es halt immer so ein bisschen das Ganze hier auszubalancieren und so weit wie möglich zu kommen. Und das Coole ist halt, man kann sich hier richtig krasse Autos freischalten, wo man dann halt extrem weit kommt. Also wir reden hier von wirklich richtig weit. Und ich habe irgendwie einfach mal Bock gehabt, das zu zocken, weil es ist einfach so ein OG-Game. Und ich habe gerade auch gesehen, wo ich es gedownloadet habe. Junge, mittlerweile eine Milliarde Leute haben das Game schon gedownloadet. Also jeder kennt das eigentlich, oder? Und ich habe mir überlegt, Freunde, wir werden uns hier einfach alle krassen Sachen freischalten, die es hier gibt. Ich werde hier komplett mir die heftigsten Autos zusammentunen, weil wir können ja hier unseren... Oh mein Gott, komm, neuer Rekord. Ja, aber das ist die Stelle, wo ich gerade auch war. Ich habe nämlich gerade kurz einmal getestet. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Stelle. Das haben die extra reingebracht, die Stelle. Ich sage dir ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man hier... Ne, 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 da kommen wir nicht weiter. Guck mal, das geht nicht. Nämlich die Aufgabe ist halt, diese Coins einzusammeln. Und jetzt haben wir hier einmal, zack, 520 Meter, ist ganz nice. Und unsere Aufgabe ist es, das Auto zu tunen. Und zwar können wir hier zum Beispiel Federung verbessern, Reifen verbessern, dass wir mehr Grip haben. Und hier irgendwie die Stabilität. Und deswegen habe ich mir überlegt, Leute, wir werden mal die Reifen verbessern. Ich glaube, die optimierten Reifen verleihen dem Fahrzeug eine bessere Bodenhaftung und eine bessere Kraftübertragung auf den Untergrund. Und das hätten wir jetzt gebraucht. Zack, ich tune das jetzt hier einfach alles durch ein bisschen. Und, warte mal. Okay, das können wir auch noch auftunen. Ey, das sieht sehr, sehr gut aus. Was ist das hier? Ich glaube, das ist hier mehr PS. So fährt unser Auto viel, viel schneller. Und jetzt haben wir das Ding hier ordentlich aufgetunt. Und ich würde mal sagen, Leute, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Nämlich, wir können uns natürlich umso weiter, wir kommen... Oh, Junge, wie schnell fährt der jetzt? Guck mal, wie schnell der fährt. Ja, okay, guck mal, vorbei, vorbei. Junge, der fährt jetzt gerade richtig schnell. Okay, okay. Oh, hier ist schön aus. Junge, guck mal, wir fliegen jetzt hier auch richtig in Luft und alles. Ich muss Sprit mitnehmen, Sprit mitnehmen. Junge, ich bin Profi, direkt Profi hier. Ich sage euch, das werden wir jetzt hier Weltrekord. Weltrekord, wir werden jetzt so weit kommen. Oh, und hier, hier die Sprit mitnehmen. Alle Münzen brauchen wir nicht unbedingt. So, sehr gut. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Hier nochmal die Diamanten. Ich glaube, da können wir uns später... Junge, es gibt später sogar Nitro, was wir uns holen können. Das ist eigentlich auch heftig. Überleg mal, wenn wir Nitro haben, wie wir dann abgehen. Aber ihr seht, Stunny Bunny kann hier sehr, sehr gut balancieren. Und rüber hier nochmal die 500 Coins. Oh, das sieht locker aus. Wir haben jetzt so... Guck mal, wie schnell der fährt. Alter, der hat richtig Zunder jetzt hinterher hier. Oh, aus dem Weg. Und hier war die Stelle, wo wir gerade... Oh mein Gott, hoch, hoch. Hoch. Hoch, zieh. Zieh, das war gerade die Stelle. Nein. Nein, mach kein Auge. Bitte nicht, bitte nicht. Junge, was ist das für eine Stelle? Wie soll ich die denn schaffen? Wie soll ich an dieser Stelle weiterkommen? Ich brauche Nitro oder sonst was. Okay, komm. Ich sage euch, wir brauchen bessere Reife. Aber das Ding ist, ich kann gar nichts... Wir haben... Warte mal, Stufe. Wir könnten... Guck mal, wir können sogar ein nächstes Fahrzeug freischalten. 75.000 Motor-Cross-Bike. Vielleicht sollte ich auf das Motor-Cross-Bike erstmal warten, aber komm. Okay, aber diese Runde, falls wir nochmal an diese Stelle kommen sollten, wo wir gerade das Problem hatten. Ich werde Vollgummi geben. Die Stelle müssen wir jetzt irgendwie schaffen, weil die wollen, dass wir erstmal das Auto upgraden, dass wir da gar nicht weiterkommen. Voll unfair. Und, oh, guck mal hier, gute Flugzeit. Gute Flugzeit, gibt nochmal 75 extra Punkte. Sehr gut, super. Guck mal, das ist ja voll easy. Hört sich übrigens auch den Turbo immer. Nicht hier Vollgas geben. Ich brauche ein bisschen mehr Grip auf die Reifen. Ich glaube, wir müssen die Reifen upgraden. Nein! Oh Gott, das wird jetzt schwierig. Wir haben gerade den Benzinkanister ausgelassen. Ich weiß nicht, ob wir es zum nächsten schaffen. Oh doch, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Guck mal, guck mal, guck mal, was wir für Profis sind. Guck mal, was wir für Profis sind. Okay, gleich kommt die Stelle. Wir sind jetzt nämlich gerade bei 400 Meter. So, warte mal. Hier war die gleich. Bei 520 Meter war das nämlich gewesen. Und da werden wir jetzt nämlich gleich mit komplett Vollgas am besten reinballern. War das hier? Nee. Das war die Stelle hier. Das war die Stelle, oder? Nee, 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 das war nicht die Stelle. Okay, warte, wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Ich glaube nämlich, das war die Stelle hier. So, jetzt fahren wir langsam, langsam, langsam. Und... Bro, man schafft es nicht. Das ist zu schwer. Boah, Leute, wenn ich hier so eine Werbung gucke, kriege ich Bonus-Coins. Okay, komm, ihr müsst die Werbung nicht gucken. Ich gucke sie mir kurz an. Okay, ich habe mir jetzt hier die Doppel-Coins gesichert, weil ich diese olle Werbung mir angeguckt habe. Und wir kaufen uns jetzt bessere Reifen. Und nochmal bessere Reifen und nochmal ein bisschen mehr PS. Äh, hä? Oh, äh, Bro, ich will hier keine Müssen kaufen, Junge. Äh, okay, warte mal, wir kaufen, was sagt das hier? Allrad. Okay, Bodenhaftung wird dadurch verbessert. Allrad ist natürlich auch gut, deswegen Kräfteübertrag... Also jetzt kommen wir an der Stelle, sollten wir jetzt auf jeden Fall nicht scheitern mit den krassen Reifen, die wir haben. Ihr könnt ja auch mal unten in die Kommentare stellen, ob ihr schon mal dieses Game gezockt habt. Habt, äh, also, ich glaube eigentlich wirklich jeder. Ich bin mir fast... Jeder hat es auf jeden Fall mal auf dem Handy gehabt. Und hat es mal gezockt. Boah, guck mal, wie wir hier rüberknallen jetzt, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir es heute schaffen werden. Aber, oh, okay, nochmal gut. Gut, die Dings hier mitgenommen. Ich glaube, irgendwann kommt man sogar ins Weltall oder so, wenn man es richtig weit schafft. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Also, tausend... Ich sage euch, tausend Meter. Ich bin gespannt, was bei tausend Meter kommt. Vielleicht kommt ja da irgendwie so... So ein Bonus, den wir kriegen. Oder, keine Ahnung, irgendwie so einen herzlichen Glückwunsch. Die sind der beste Hillclimb-Racer, den es gibt. Okay, rüber hier. Außenweg. Sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Perfekt. Boah, das sieht... Oh, 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 oh. Los, aufpassen. Wir haben jetzt gut Power. Ja, ja. Wir haben die Stelle geschafft, Leute. Okay. Das ist hier auch eine... Boah, die Stelle ist schwer, die Stelle ist schwer, die Stelle ist schwer. Auch geschafft. Oh, Gottes Willen. Jetzt nutzt es Hardcore. Ihr seht, die Hügel werden hier immer schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Hey, locker, locker, locker. Wir dürfen halt auch nicht zu langsam werden. Wenn wir jetzt zu langsam werden, schwierig. Okay, hier runter. Und Gummi, 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 Gummi. Oh mein Gott. Oh, okay. Und ihr seht gerade, was hier passiert. 800... Oh, rüber. Junge, wichtig. Nein. Nein. Okay, das könnte es jetzt... Das könnte es echt jetzt gewesen sein. Okay, wir müssen hier langsam Power mitnehmen, Power mitnehmen, Power. Power nicht zu viel. Nicht, dass wir uns überschlagen. Und wir haben es geschafft. Top. Top, top, top. Unser kleines Auto hier, das gibt alles. Ah, nein. 690 Meter. Oh, wieder 30 Sekunden so Müll reingezogen. Guck mal, wir haben jetzt 42.000 Münzen. Und das heißt, wir brauchen 75.000 für unser neues Fahrzeug. Die Frage ist jetzt, sparen wir für unser neues... Boah, guck mal, es gibt sogar einen Monster Truck. Alter. Die Frage ist, sparen wir für das neue Fahrzeug oder ballern wir nochmal mit... Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß halt nicht. Ich sag euch, ich baller nochmal mit dem. Ich baller nochmal mit dem durch. Ich hoffe, das war jetzt genug. Komm, wir machen jetzt eine Runde, eine gute, nochmal neue Rekordrunde. Ich werde jetzt Vollgas geben. Dass wir einfach Dick Coins machen. Und zur Not gucke ich mir nochmal diese olle Werbung an. Und dann können wir uns nämlich das Dings holen. Ich werde jetzt hier... Guck mal hier, ich mache jetzt ohne Dings auf Verluste, Freunde. Ich knalle jetzt komplett durch. Ohne irgendwie Rücksicht auf irgendwas. Okay, Sprit haben wir doch nochmal mitgenommen. Okay, sehr gut. Boah, das knallt jetzt natürlich hier. Das knallt richtig gerade. Aus dem Weg hier. Dicker Jump, dicker Jump. Sehr gut. Boah, guck mal, ohne Probleme geht es hier lang. Hier nochmal die 500er Münze. Und ich glaube, ab... Oh, 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 oh. Sehr gut abgefangen. Jetzt kommt gleich einmal die schwierige Stelle. Aber auch locker, Freunde. Sehr, sehr locker. Und gut ausbalanciert hier. Oh Gott, wir sind jetzt richtig schnell gerade. Leute, das ist big. Das ist Real Talk big gerade. Ich glaube, wir machen sogar einen neuen Rekord. Ich will es nicht beschwören, aber ich... Ne. Wieder an der gleichen Stelle. Egal. Egal. So, 18.000 Münzen mit der Werbung. Wir haben 65.000. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich glaube, das könnte krass werden. Ich werde jetzt nochmal wirklich hier komplett Reifen upgraden. PS upgraden. Allrad. Ich werde alles nochmal upgraden hier. Weil ich glaube, jetzt ist wirklich... Guck mal, wir werden jetzt so weit kommen, dass ich mit dieser Runde wahrscheinlich mir komplett das Motocross-Bike bezahlt habe. Also, wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ich brauche jetzt das neue Auto. Ich werde jetzt hier... Guck mal, wie schnell wir auch sind. Junge. Junge. Wie schnell knallen wir hier bitte lang. Das ist ja schon rekordverdächtig. Ja, das ist komplett locker. So, rüber hier. Oh, oh. Schöner Wheelie hier nochmal gezogen. Super. Und hier nochmal Sprit einsammeln. Ich glaube, später wird es halt echt auch schwierig. Mit dem Tank. Also später haben wir echt Schwierigkeiten, wahrscheinlich auch Sprit zu kriegen. So locker hier rüber. Nicht zu wild jetzt werden. Aber die ersten paar hundert Meter wieder ohne Probleme. An der einen Stelle muss ich gleich noch aufpassen. Da nicht zu viel Gummi geben, dass wir hier langsam... dass wir hier uns wieder quasi so überschlagen. Oh Gott, langsam, langsam, langsam. Ja, guck mal, wie viel Grip wir haben. Also wir kommen jetzt hier schon... Klar, die Berge werden auch immer schwieriger und höher. Aber das sollten wir jetzt mit dem Tuning, den wir jetzt hier haben, locker schaffen. Guck mal, hier waren wir... Ja, ja, guck mal hier. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, locker, Leute. War das jetzt hier nicht unser Rekord hier schon? Jetzt, hier sind wir gescheitert. Okay, krass. Was waren hier gewesen? Oh, oh, oh. Ah, okay, okay. Ich check, das ist hier diese eklige Stelle. Boah, die ist ja richtig eklig, die Stelle. Oh mein Gott, was ist das für eine Stelle, Leute? Wie soll ich die machen? Okay, langsam, langsam, langsam. Hier vielleicht ein bisschen mit... Nee, ich komm da nicht hoch. Nee, wir haben keinen Sprit mehr. Hey, so ärgerlich. Holy moly, ey. Man, oh mera. Ah, ich kann sogar andere Level freischalten, Leute. Und ich glaube, in den anderen Leveln gibt es halt wahrscheinlich mehr Coins. Zum Beispiel hier die Wüste, Leute. Wir fahren jetzt mal in der Wüste, komm. Ich gehe jetzt mal in die Wüste, Freunde. Zack, das normale Fahrzeug haben wir hier. Mal gucken, wie weit wir in der Wüste kommen. Bin ich mal gespannt. Aber ich hoffe weit. Und ja, guck mal hier, ich merke schon. Die sind hier auf jeden Fall... Ja, okay, die sind eigentlich voll wenig Münzen. Ich hoffe, dass jetzt mal hier ein paar mehr Münzen kommen. Ja, oah, guter Jump hier, guter Jump. Oh mein Gott, gute Jumps. Top, top, top. Oh Gott. Okay, aber ich glaube... Alter, das geht ja hier richtig ab. Wie schnell man hier auch ist, ne? Hier, locker, locker, locker. Und hier nochmal Sprit mitnehmen. Wow, 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 wow. Hoch. Oh Gott, hier waren wir jetzt ein bisschen zu langsam. Aber jetzt fangen hier langsam die dicken Coins an. Oh Gott, wir kriegen einen Level-Bonus sogar. Crazy, umso weiter wir kommen, umso heftiger ist der Bonus. Junge, was ist das denn? Das ist ja voll geil. Hier, komm, 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 komm. Oh mein Gott, perfekt. Super. Super. Jochen Leiler, steil dich an jetzt hier. Hoch, 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 hoch. Power, 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 power. Wichtig. Sehr gut, sehr gut. Oh, hier können wir Power mitnehmen. Power mitnehmen. Oh, wir brauchen Power. Ne, das ist zu wenig Power. Das wird nichts. Das wird nichts, Leute. Den Berg kommen wir nicht hoch. Also, bei bestem Willen, den Berg kommen wir nicht hoch. Wissen wir schon. Also, ich kann jetzt hier... Oh mein Gott, was? Wie hat mir das geschafft? Level 3 geschafft. Ich krieg nochmal einen dicken Level-Bonus. Okay, ich bin der beste Hilfklimpfarrer der Welt. Junge. Ah, kommt, zieh! Ne, das schaffen wir. Also, das hier ist vorbei. Ich sag's euch. Also, ich... Ja, ich... Das war klar. Das war... Also, allein, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben 76.000 Münzen jetzt. Boom, weiter. Und ihr wisst, was das heißt. Wir können upgraden auf das Motorrad. Düse über... Oh, okay. Turbo-Motocross, Leute. Wir haben jetzt den Turbo-Motocross erreicht. Gut, komm. Wir gehen nochmal rein hier. Oh, der fährt... Oh, der fährt sich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das fährt sich richtig gut. Leute, ich sag euch richtig gut. Das Gute ist auch, dass wir das Tuning, glaube ich, übernommen haben. Also, das, was wir schon getunt haben, ist auch beim Motorrad... Oh, das fährt sich richtig gut. Ja, ja, gut, okay. Das ist over. Ich sag euch, 1.000 Meter schaffen wir auf jeden Fall. Ich überlege auch nochmal, ob wir vielleicht nochmal... Wow! Junge, was kannst du mit dem für... Ich glaube, Motorrad ist... Nein! Das war... Das war leichtsinnig. Das war leichtsinnig. Ah, okay. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Das war echt eine Gammelrunde. Also, ich überlege gerade, ob wir einmal ins Hügelland zurückgehen. Da haben wir... Ich will... Hügelland schaffen wir jetzt locker 1.000 Meter. Also, mit der krassen OP-Karre, die wir gerade haben. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht eventuell ein bisschen zu leichtsinnig werden. Das ist mir gerade auch so ein bisschen aufgefallen, wenn wir da ein bisschen zu... Also, wenn man hier ein bisschen zu viel auf dem Eisen hat, könnte das ein bisschen doof werden. So, aber dann können wir uns hier nochmal den dicken Level-Bonus holen. Dann machen wir auch nochmal sehr gut Coins. Geil wäre es natürlich, wenn es direkt für den Monster-Truck reichen würde. Okay, vorsichtig hier. Vorsichtig. Ja, besonders hier bei so einem Kanten, also... Boah, das Motorrad... Also, es fährt auf jeden Fall tausendmal besser. Aber bei manchen Sachen muss man halt aufpassen damit. Da kannst du auch ganz schnell... Ja, hier zum Beispiel bei sowas hier. Bei sowas hier, Bro. Bei sowas hier ist das Motorrad definitiv nicht so gut. Aber es hat gut Grip. Es hat gut Grip. Und da kommen wir auch gut rüber. Da kommen wir gut rüber. Ja, sehr gut. Ja, das sieht gut aus. Ne. Nein. Nein. Ey. Ich weiß nicht, Freunde. Ey, ich sag euch... Ich hol mir, glaube ich, jetzt was Krasses. Ich hol mir jetzt wirklich was Krasses. Ich geh jetzt hier in den Shop rein. Ich muss jetzt, glaube ich, reinpänen. Ich sag ehrlich, Leute. Ich muss reinpänen. Es hilft alles nichts, Leute. Es hilft alles nichts. Ich glaube, ich hol mir mal hier kommenden 600.000er Starterpack, Leute. Das war mal ein bisschen weiterkommen hier. Ich wollte gerade Coins aufladen und hab gerade gecheckt, Leute. Ey, warte mal. Man kann hier erstmal die Farbe ändern. Junge, das ist ja voll geil. Man kann hier die Farbe... Man kann sogar den Fahrer ändern. Wie nice ist das denn? Hä? Okay, das ist nice. Aber ich kann gerade irgendwie nichts aufladen. Ich weiß auch nicht, warum. Und mir ist aufgefallen. Guck mal, das Motocross, das ist eigentlich viel bester. Aber es ist noch nicht mal getunt, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich muss das hier ermöglichen, schnellere Drehungen. Ich muss hier... Ich muss das einmal tunen hier alles. Junge, das wird wahrscheinlich... Wir werden jetzt damit geisteskranken Rekord wahrscheinlich machen. Wenn wir das jetzt hier nochmal getunt haben... Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das auch noch tunen soll. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay, okay, vorbei. Vorbei. Guck mal, wie schnell das ist. Guck mal, wie schnell das ist. Also damit, glaube ich, auch in der ersten Welt, wenn wir jetzt gleich einen komplett neuen Rekord machen. Ja, das ist ja... Ich dachte, das ist direkt mitgetunt. Aber man muss wirklich jedes Fahrzeug dann extra tunen. Aber gut, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Wenn man dann natürlich auch viel weiter... Boah, guck mal, ja, ja, guck mal hier. Wir machen auch direkt hier so eine Flugbonusse. Noch oben drauf. Ich bin nur noch am Fliegen. Junge, ich bin nur noch am Fliegen jetzt hier. Ui, hoppa. Oh, ja, guck mal, wir sind jetzt schon bei 500 Metern. Jetzt schon, ohne Probleme. Hier, da haben wir jetzt die eine große 500er Münze nicht mitgenommen. Okay, okay. Nein! Ey! Junge, ich brauche mehr... Ich brauche mehr Kontrolle in der Luft. Ich brauche die Kontrolle in der Luft. Ich sage euch ehrlich. Hier, das 27.000 kostet das halt, ne? Boah, das könnte uns ein gratis Upgrade geben, wenn wir... Oha. Was hat denn das hier? Ernährigte Massepunkt verleiht mehr Stabilität. Ich sage dir ehrlich, ich werde jetzt erstmal hier einen neuen Rekord machen. 699 Meter sind wir gekommen. Und wenn wir 800 Meter kommen, kriegen wir nämlich den neuen dicken Bonus. Und ihr wisst, wenn wir den Bonus kriegen, wie viele Münzen das sind. Das sind richtig viele. Und damit kommen wir dann natürlich viel krasser weiter. So, einmal rüber hier. Jeppa! Hoppa! Aus dem Weg hier kommt Stani! So, sehr gut. Sprit nochmal mitnehmen. Ich muss jetzt hier den Bonus holen. Weil ich glaube, das gibt so 30.000, 40.000 Coins. Und dann könnten wir uns vielleicht sogar direkt den Monster Truck holen. Ich muss halt jetzt hier gut fahren, aber ich merke schon... Boah, das Motorrad hat Bock. Das hat richtig Bock. Jo, Offroader hier. Komplette Offroad-Motorad. Ja, das ist gut. Oh, das war hier schon wieder gefährlich gerade gewesen. Das ist so eine eklige Stelle, aber guck mal, wie einfach der da hochkommt. Locker. Locker, locker, locker. Das sind so ein bisschen diese ganz engen... Also diese Schluchten, die sind nochmal am gefährlichsten. Weil da habe ich schon mal Angst, dass wir uns halt überschlagen. Aber ey, warte mal, wir könnten hier wirklich schon einen Rekord machen. Warte, 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 warte. Die langsam runter, langsam runter und Power, 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 Power. Junge, oh, neuer Rekord! Neuer Rekord! Power, Power, Power! Okay, 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 Leute. Oh, schade Marmelade, ey, aber gut. Ey, warte mal, zweimal Münzen kriegen wir nächste Runde. Okay, das nimm mal mit, nimm mal mit. So, das Geile ist, ich habe jetzt hier noch doppelt Münzen aktiviert. Das heißt, wenn wir jetzt hier rumfahren, kriegen wir jetzt richtig viele Münzen. Und ich hoffe, dass jetzt die Stabilität mal hier... Boah, ja, 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 also man kann das Motorrad jetzt auf jeden Fall mit den neuen Upgrades, die wir haben, deutlich besser lenken. Und beim Motorrad ist halt extrem wichtig, dass wir da gut lenken können. Sehr gut. Sehr gut. Boah, guter Flug hier. Guck mal, genau in die Kuhle rein. Und hier genauso. Ey, wir hätten es geschafft. Ich hätte einfach schneller fahren müssen. Boah, hier eine Tausender Münze, Junge. Alter, okay, wenn wir jetzt nochmal doppelt Werbung dann kriegen, dann haben wir gleich echt... Also, dann haben wir gleich richtig viele Münzen. So, 500 Meter wieder. Hier die eine schwere Stelle, aber können wir auch locker lenken. Bisschen schneller hier. Und bro, ich werde jetzt gleich diese eine Stelle... Ich werde hier einfach mit Vollgas ballern. Ich war da zu langsam gewesen. Nein, das war diese eine... Och, Manometer, Zitronenpeter. Ja, Frage. Wir haben 57.000 Münze. Ich glaube, ich muss nochmal upgraden. Am besten ist dieses Drehungsziel, Leute. Er ermöglicht eine schnellere Drehung in der Luft. Ja, das ist halt ultra OP, sage ich euch ehrlich. Das brauche ich. Weil da kannst du das Motorrad halt viel besser steuern. Dann holen wir hier noch einen niedriger Massepunkt und eine bessere Federung. Verleiht dem Wagen mehr Stabilität bei hohem Tempo und Unebenheiten. Das ist auch sehr wichtig. Dann haben wir hier noch... Und bessere Reifen noch einmal. Und bessere Reifen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Grip. Okay, komm. Also wenn ich jetzt... Ich sage ehrlich, wenn ich jetzt keine 800 packe, bin ich ein Noob. 726 haben wir schon geschafft. Dann werde ich, glaube ich, meine Hillclimp-Race-Karriere wieder beenden, Freunde. Soll ich euch ganz ehrlich. Junge, wie lange... Junge, wie lange... Oh Gott. Oh Gott, ist das peinlich. Ist das peinlich. Genickst halt. So 2500 extra Punkte. Wow, super, danke. Ah, super, ey. Das war ja eine komplette Nullnummer gewesen. Ich glaube, ich gehe noch mal in die Wüste und werde gucken. Vielleicht ist das Motorrad auch besser geeignet für die Wüste. Wisst ihr, was ich meine? Kann ja auch sein, dass die extra deswegen hier die Wüste, Motorrad und so... Mal schauen, wie weit wir es hier schaffen. Also 800 Meter kriegen wir halt wieder den Bonus. Okay, locker, locker, locker. Langer... Boah, guck mal hier. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. 400, Junge, wie viele extra Punkte bekommt man, wenn man in der Luft ist? Das ist crazy. Eigentlich müsste man sogar mehr Tricks machen. Ja, okay, was ist... Ey, das ist ja kompletter Bluff. Aber ich gucke mir jetzt noch mal die Werbung an, dass wir noch mal das Upgrade für den Motor bekommen. Komm, let's go. So, so, gerade das Upgrade bekommen hier. Ich kann die Werbung nicht mehr sehen, Junge, ganz ehrlich. So, jetzt will ich aber auch hier, guck mal, wie... Oh mein Gott, wie schnell ist das hier? Ja, das ist jetzt schon fast zu schnell. Guck mal hier. Guck mal, wie schnell das Motorrad jetzt ist. Also, äh... Ja, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Das ist mir schon echt fast ein bisschen zu schnell. Aber ich mache jetzt noch einen dicken Trick. Dicken Trick hier. Wow, 300 Bonus-Dings. Weil wir in der Luft waren. Oh mein Gott. Junge. Und wieder an der gleichen... Ich muss langsamer fahren. Dass dieses Motor-Upgrade, dass das lädt zu doll ein zum Rasen. Wir müssen jetzt ein bisschen mit Gefühl mal wieder fahren. Bisschen Gefühl. Nicht mehr so rumrasen. Mit Gefühl, dass wir hier auch das Ding quasi lenken können ein bisschen besser. So, geht's doch hier, so. Sag mal, Luft springen ist cool, brauchen wir aber nicht. So, guck euch das an. Mit Gefühl, da geht's doch schon mal viel besser hier. Gleich ab 300 Meter war die komische Stelle gewesen. Ja, hier, glaube ich, war es so gleich. Hier. Zack, rüber. Locker, Leute. Locker, 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 locker. Oh, das sieht gut aus. Und wieder. Ey, das Motorrad ist komplett müll. Ich brauche ein anderes Fahrzeug. Ey, Leute, ich war jetzt so sauer gewesen. Ich habe mir jetzt extra eine Google-Play-Karte geholt. Und jetzt habe ich Münzen drauf. Und jetzt hole ich mir den Monster-Truck, Leute. Dank den großen Rädern und dem Turbomotor wird das Hügel fahrt. Bro. Also, Leute, ich sage euch ehrlich. Guck mal, wir könnten uns den Monster-Truck holen. Den Traktor. Boah. Junge, der Stehroller. Ich sage euch ehrlich, ich hole mir jetzt mal den Monster-Truck. Wisst ihr, warum? Ich glaube, der Monster-Truck ist OP. Und deswegen werden wir ihn jetzt auch noch krass auftunen. Bro. Ich werde jetzt komplett... Ich kaufe erst mal alles hier. Ich werde ihn, glaube ich, jetzt maximal auftunen. Ich will damit jetzt komplett neuen Rekord machen. Ich mache erst mal, was ist das hier nochmal? Durch die Optimierung des Eiratsantriebs wird die Bodenhaftung. Bodenhaftung ist wichtig, Leute. Kaufen wir erst mal ein bisschen was. So. Reifen für die besseren Kraftübertragung ist auch wichtig. Dann hier noch die Federung, Leute. Dass das Auto nicht so doll federt. Boah, da hole ich direkt raus. Da hole ich direkt raus. Dann machen wir hier... Oh, Leute, das ist hier... Das ist ganz, ganz krank. Das ist ganz krank, was wir hier gerade machen. Okay, also wir haben das Ding jetzt hier geisteskrank geupgradet. Jetzt schalten wir nochmal das Hügelland frei. Und ich bin gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jo, was geht jetzt ab, Leute? Okay, das Ding ist krass. Okay, ich check schon, ich check schon, was abgeht. Bro. Der Junge ist sehr krass. Okay, also wenn wir damit keinen neuen Rekord machen, dann sollte ich mir ein neues Game suchen. Also das ist ja geil. Guck mal, wie der abgeht. Yo. Ey, das ist ja komplett einfach jetzt gerade. Also ich hatte jetzt noch nicht einmal das Gefühl irgendwie, dass es tausendmal besser ist, auf jeden Fall, als das Motorrad. Die Investition hat sich gelohnt. Ich dürfe jetzt nur nicht zu schnell werden. Oh Gott, oh Gott. Hier, da dachte ich gerade an der einen Stelle. So, hier Power mitnehmen. Und jump, 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 jump. Sehr gut. Oh, Bro. Oh mein Gott. Selbst diese Stelle hat der so einfach gemeistert. Okay, das ist crazy. Das ist komplett crazy. Oh mein Gott. Selbst die schwere Stelle, Leute. Selbst die schwere Stelle gerade. Und hier geht es weiter hoch. Hier geht es weiter hoch. Und hier ein bisschen Gummi. Hier ein bisschen Gummi, Leute. Oh, so wichtig. So wichtig. Wir haben noch einen Rekord. Wir haben einen neuen Rekord. Kriegen hier nochmal den dicken Bonus. Von... Oh. Okay. Nein. Okay, das ist Hardcore gewesen. Junge. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen langsamer fahren müssen. Aber ist egal. Wir haben noch einen Rekord gemacht. Wir haben hier nochmal dick Münster abgesahnt. Ich kann nicht mal ein Upgrade kaufen. Aber dafür gehen wir jetzt nochmal in die Wüste rein. Ich bin gespannt, was wir da schaffen. Ich werde... Ich glaube, in der Wüste... Hier schaffen wir sogar 1000 Meter. Also, ich bin mir eigentlich relativ sicher. 1000 Meter sollten eigentlich drin sein. Komm. Neuer dicker Rekord hier. So, durch hier. Und... Locker, locker, locker. Sehr gut. Oh, das sieht... Guck mal hier, das sieht auch... Guck mal, mit dem Motorrad hatten wir hier schon Probleme, ne? Das dürfte halt auch nicht vergessen. Und rüber hier. Zack. So clean. Geil. Ah, das bockt auch richtig. Das bockt jetzt richtig. So, alle Münzen. Die Münzen sind gar nicht so wichtig. Lieber Meter machen. Lieber Meter machen. So. Ja, Wüste ist für das Ding hier wirklich perfekt eigentlich. So, jetzt haben wir gleich einen neuen Rekord. Muss nicht zu schnell hier. Okay, locker, locker, locker. Sehr gut. Und neuer Rekord, Leute. Ist drinnen. Ja. Level-Bonus. Hier nochmal 22.000 Münzen extra. Das ist krank. Das ist krank. Das ist unser bestes Fahrzeug. Jo, wir haben die schwere Stelle geschafft. Okay, ich schaff die 1.000... Ich schaff die 1.000 Meter. Ich schaff die 1.000 Meter. Let's go. Let's. Oh Gott, schwierige Stelle hier nochmal. Und 1.000 Meter, Freunde. 1.000 Meter. Boah, schaffen wir es hier? Oh mein Gott, wir schaffen es selbst. Wir schaffen es selbst. Ja. Nein. Nein. Leute. Das war aber krass gewesen. 118.000... 85.000 Münzen. 85.000 Münzen, Junge. Was geht denn jetzt? Da können wir doch mal dicke Upgrades holen. Und wir können hier... Boah, ich mach die Arktis, Leute. Wir kaufen die Arktis. Ich will sehen, das ist hier... Was stand denn da gerade bei der Arktis, Leute? Ah, sie steht... Ah, kann ich nicht mehr sehen. Okay, gut. Aber ich will mal gucken... Wie weit wir hier kommen. Und wie schwer das ist. Das ist quasi jetzt hier so ein Wintergebiet. Da sollte eigentlich der Monstertruck auch gut gewappnet für sein. Locker bisher, locker. Level 1 geschafft. Sehr gut. Junge, 8.000 Münzen schon Bonus. Da haben wir ja fast hier die 75.000 Münzen wieder drin, die wir gerade ausgegeben haben. Jetzt kommt der nächste Bonus. Nächster Bonus. Und lange Flugzeit, lange Flugzeit. Yo! Nochmal 14.000 Level Bonus. Okay, jetzt müssen wir 600 Meter machen. Boah, hier kommen wir aber... Wir haben auch so gute Winterräder, ne? Wir haben so Spikes und so. Und hier nochmal einen guten Jumper. Und Power, 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 Power. Locker. Und lange Flugzeit. Lange Flugzeit jetzt nochmal. Oh Gott, warte, warte, warte. Leute, ich muss zurück. Ich muss zurück. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, aber ich muss den Sprit mitnehmen. Ganz wichtig. Weil... Oh, ich glaube, ich habe hier sogar... Nein. Oh mein Gott. Okay, hier ein bisschen Power mitnehmen. Zum Glück habe ich den Sprit mitgenommen. Also ohne den Sprit... Wir haben die gleich schon leerge... Oh Gott. Wichtig, wichtig. Vielleicht haben wir 800 Meter. Okay, jetzt nochmal hier den dicken Berg hoch. Und dann haben wir die 800 Meter für den nächsten Bonus. Komm, 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 komm. Nein! Okay, wir haben es geschafft, aber... Ich brauche mehr Anlauf. Ich brauche mehr Anlauf, Leute. Und jetzt Vollgummi. Ne. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Wie soll ich das machen? Ja! Ne. Das war's. Wir müssen das Ding weiter upgraden. Wir müssen das Ding weiter upgraden. Leute, falls ihr noch mehr von Hillclip Race sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann werde ich hier nochmal ein bisschen mehr Geld reinhauen. Dann werden wir uns alle Fahrzeuge holen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war es gewesen. Tschö, bitte.